aber ich denke man lebt nur einmal und ich glaube es einfach nicht die die kein geld haben können ja auch trotzdem fliegen also vielleicht mit einem normalen flugzeug oder so kann man sich ja auch irgendwie finanzieren wenn man das möchte und sag mal machst du mir gedanken über das klima